Musik Hallo et all und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Dangerous Diaries. Ja, das ist ja meine Sniper Reihe, die ich mal angefangen habe, die ja damals vor 10 Monaten gestoppt ist, da kam das letzte Video. Jetzt habe ich mir halt überlegt, dass das Spiel eh in 3 Wochen rum ist, kann ich ja mit dem Sniper vielleicht auch nochmal ein bisschen was tun und euch da was zeigen, wie nübig ich mich da durch die Gegend bewege. Ja, der eigentliche Grundgedanke der Dangerous Diaries war ja natürlich, dass ich halt bis Level 10 jedes Gameplay, also jede Runde, die ich mit dem Sniper spiele, rekorde und dann halt so ein bisschen fragmentarisch das Level des Sniper zeige. Aber das Ziel, den jetzt noch auf 30 zu kriegen, das werde ich natürlich nicht mehr schaffen. Ja, was habe ich gemacht in der Zwischenzeit? Also ich habe zwei Runden vor dieser gespielt, um ein bisschen wieder reinzukommen, damit ich nicht ganz so nubig durch die Gegend renne. Und, ähm, naja, wer es mitgekriegt hat, in den letzten zwei Wochen gab es ja viermal ein 10K-Fundscode von EA, freundlicherweise. Und, äh, da ich eh nicht so richtig weiß, was ich mit der ganzen Kuhle machen soll, habe ich mir halt nochmal fünf Trainingspunkte gekauft. Ähm, wer das Beginning-Video kennt, weiß, dass ich eh schon mal fünf Punkte hatte, weil ich mir das mal so ausgerechnet hatte, dass wenn er mal Level 30 ist, fünf zusätzliche bräuchte, damit ich halt auch das Seeliefliegen drinne habe und halt komplett alle Infanterie-Skills. Das klappt natürlich nicht. Ja, jetzt habe ich mir halt, wie gesagt, nochmal diese fünf Punkte gekauft. Ich habe jetzt insgesamt zehn zusätzliche Punkte. Hier in dem Video ist er jetzt Level 5, das heißt, äh, ich habe dann halt praktisch die vier normalen plus die zehn zusätzlichen. Das heißt, ich stehe jetzt praktisch also so da, als wenn ich jetzt, ähm, Level 15 wäre, ähm, was mir vielleicht einen kleinen Vorteil verschafft, vielleicht auch nicht, aber ihr könnt es ja im Laufe des Gameplays selber sehen, ne, wie intelligent oder unintelligent ich mich dabei anstelle. Aber das überlasse ich, wie gesagt, auf jeden Fall euch. Ja, ich habe auch gedacht, äh, bevor ich jetzt diese Gameplays einfach wieder so kommentiere, wie ich das vorher gemacht habe, also, ja, wir starten jetzt hier, laufe von A nach B. Oh, da habe ich mal einen gekriegt und huuhu, ne, ähm, habe ich gedacht, vielleicht werde ich, äh, in den Videos, keine Ahnung, wie viel ich jetzt in den drei Wochen noch machen werde. Ähm, da denke ich, hoffe ich ein bisschen auf euren Input, ähm, das halt, wie gesagt, nicht so einfach flapp kommentieren, ähm, sondern wir werden vielleicht ein bisschen darüber lamentieren, äh, wie war Play for Free, ähm, was waren die Stärken, was waren die Schwächen, ähm, vielleicht ein Thema, was ihr in den Comments vorschlagen könnt, ob ihr das überhaupt gut findet, ne, wenn ich da so ein bisschen drüber schwadroniere, ne, wie ich jetzt diese ganzen dreieinhalb Jahre, die ich das Spiel gespielt habe, empfunden habe, äh, vielleicht wie EA sich da so angestellt hat. Vielleicht auch ein Dual Commentary mit, äh, einem Zweiten, äh, der da vielleicht nochmal Bock drauf hat, äh, ich kenne ja so ein paar Leute, die das Spiel auch schon sehr lange gespielt haben. Ähm, aber wie gesagt, äh, da wäre ich halt ganz froh, wenn ihr da irgendwie unten in die Commentaries, äh, was posten könntet, ob ihr das gut findet, ähm, genauso, ähm, ob ihr da vielleicht noch Lust habt, dass ich, äh, auch für den Sniper eine Waffenvorstellung mache, also sprich, jetzt habe ich ja aktuell die L96 gerade dabei und, ähm, ich habe mir jetzt auch den Dual Slot geholt, ähm, das heißt, ich habe dann natürlich die VSS dabei und, äh, ja, wie gesagt, wie ihr das Ganze so findet. Ja, soviel dazu erstmal und wie gesagt, schreibt mir ein bisschen was in die Kommentare, wenn ihr da noch Bock drauf habt, ansonsten fange ich an, nach eigener Philosophie zu arbeiten. Ja, also wie gesagt, ich habe einen Dual Slot dabei, hier die VSS, da habe ich jetzt auch mal gerade zwei umgebrezelt, die da hoch wollten, also im Nahkampf ist die eigentlich ganz nett und für den Long Range habe ich immer noch die L96 dabei, weil mit der Waffe habe ich einfach mal angefangen, wollte aber auch wechseln, ich habe halt noch so ein paar andere Waffen, die ich benutzen könnte, M24 Gold, die SV98 sowieso und, äh, was habe ich denn noch im Repertoire? Ja, die M110 habe ich mir mal zugelegt, die SKS. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr Bock drauf hättet, was ich mal spielen soll, aber wie gesagt, das überlasse ich euch. Joa, dann werde ich jetzt mal ein bisschen aufs Gameplay eingehen, äh, wie ihr gesehen habt, das Ganze läuft jetzt ja halt, äh, als Amerikaner ab, ähm, joa, da kommt ein Heli aus der Base, da habe ich es sogar geschafft, den Pilot mit meiner VSS rauszuballern, ähm, die Transparenz, was ich da gerade lesen musste, das habe ich natürlich nicht so ganz verstanden, da macht sich ein Gegner jetzt auch einen Weg von der Basis nach B, so wie es aussieht, den wollen wir auch mal gerade tracen, vielleicht ist der freundlicher Inji dabei, der sich das Problems mal annimmt und, ne, wie ich gerade sehe, fährt er eh nach E-M1, D hoch und ist da jetzt gerade ausgestiegen, dann wollen wir mal seinen Pokémon-Ball schmeißen und nochmal gucken, ob der da irgendwo rumeiert, aber wenn ich das so richtig sehe, ist er hier bei D schon von einem Teammate umgesetzt worden, das heißt, Moment mal, irgendwie die Flagge ist ein Stück nach unten gegangen, sie geht nicht rauf, oh, da schießt er auf mich, schnell mal eine Spritze und da kommt der Freund hoch und dann hauen wir den mal drückte 93 her um, so, dann ist hier auch gerade ein bisschen Frieden, ne, dann gucken wir mal oben, ob da irgendwas hier unten noch rumstreunert, ne, das tut's nicht, da sehen wir wieder den feindlichen Kampfhelie aus der Russenbasis kommen, okay, da geht's also so auch nicht weiter, verdammt, da hab ich von dem Heli schon gleich wieder einen verbraten gekriegt, das ist ja auch mal wieder klasse hier, hm, jo, dann gehen wir mal wieder ein bisschen was hoch, ne, weil als Sniper-Nahkampf ist ja immer doof, obwohl ich die VSS dabei habe, Moment mal, da hinten auf dem Hotel, ne, da könnte wer oder was sein, das muss ich mir mal ein bisschen angucken, und zwar schauen wir, äh, ne, gespottet krieg ich nichts, da kommt, ja, das war ein Versuch wert, vielleicht hätte ich ja auch den Fahrer treffen können, hätte aber nicht sollen sein, ein böser Panzer kommt da auch schon wieder hochgeeiert, und doch, da oben läuft auch einer rum, ist das einer von uns oder ein Gegner, gucken, na, ist doch einer von uns, okay, also nicht, oei, 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 die Granat ist dicht, haben wir vorbeigezischt, und tracen wir mal eben den Tank, ja, da ist schon wieder der feindliche Kampffeli, der böse, böse Kampffeli, von wo werde ich denn jetzt hier verdammt noch eins angeschossen, ähm, ja, habe ich so nicht rausgefunden, ich lebe aber noch, also von daher alles cool, äh, da hinten sich ein Sniper und, naja, jetzt ist der hinterm Stein verschwunden, aber vielleicht lügt der gleich nochmal hervor, dann tracen wir mal gerade den Kampffeli, der ist auch sauber runtergeschossen worden, und so, jetzt gucken wir nochmal nach dem Sniper da hinten, wie sieht das aus, ist der noch da, ist der nicht da, hm, Fragen über Fragen und kaum eine Antwort, oh, hier oben rumguffeln, macht auf Dauer ja auch nicht so die Laune, da schaut, ne, ich glaube, der Sniper ist nicht mehr da, aber so wie ich sehe, wird uns gerade der B-Posten abgeflöht, und dann wollen wir doch da mal, ja, mit dem Sniper, ja, der erscheint mir wirklich heim zu sein, gut, dann machen wir uns auf den Weg nach B rüber, und dann flacken wir das mal gerade wieder um, weil, ah, da hängen wohl auch ein oder zwei Gegner rum, da sehe ich einen Transporthelion kommen, na, tracen wir den mal eben gerade, und, ach, scheiße, die Tracer-Pistole ist leer, ähm, ne, stattdessen kommen da zwei Jungs raus, dann nehmen wir mal gerade die VSS, und den ersten und den zweiten Krieger, und sogar den Level-Up auf Rang 6, jo, ist doch schön gelaufen bisher, finde ich, ähm, boah, hier scheint so jetzt nichts mehr zu sein, da können wir mal in Ruhe alles nachladen, Munition gibt's hier wahrscheinlich nicht für mich, und dann kicken wir einfach nochmal, ja, Richtung A, ach, eigentlich weniger, da kommt doch jetzt einer im Gas an, und, ja, supi, immer diese Gas-Camperei, ach, wenn ich nichts kann, und dann nubi ich halt mit Fahrzeugen rum, naja, aber das muss ja jeder selber wissen, okay, ja, das hat mich umgesetzt, und, oh, schön, bei B gespawnt, dann habe ich ja die Chance, den Typen da nochmal rauszuschießen, ähm, ne, doch nicht, da war der Inji schneller, der hat ihm halt eine RPG hinten reingedrückt, okay, dann ist hier halt auch wieder Frieden in der Hütte, dann beim Durchlaufen nochmal gerade die Flagge hochziehen, so, wo könnte jetzt ein Gegner sein, renne ich da links hoch, ja, machen wir das mal ein bisschen von der Seite, um den Gegner zu entrunden, ha, 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 der Satzscan, was gibt der so her, okay, da ist halt hier rechts was zu sehen, Da laufen wir mal eine etwas größere Runde gerade Und dann schauen wir, ob wir da noch einen vorneweg wegkriegen Hier war doch gerade ein Fahrzeug oder sowas Ähm, nee, aber da scheint gerade einer gegenüber bei D reingerannt zu sein Dem werfen wir mal noch eine Nate hinterher Ähm, ja, sauber abgeprallt, aber die Runde ist auch rum Ja, wie gesagt, was ich halt in dem Video jetzt angeregt habe Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr da Bock drauf habt Ansonsten mache ich die Danger Diaries so ein bisschen nach eigener Fasson Ja, aber für die dritte Runde, denke ich mal, geht das auch wieder Und, ähm, ja, wenn es gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert mich Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Ciao, ciao, bye, bye, see you later, Alligator Outro Bis zum nächsten Mal.